Und die Herren, wir sind frei mit etwas Köln, sind die Herren vom Wolfsschwerbordens? Dann haben wir einen stundenierenden Arm, den ich schon wieder vergessen habe. Einmal Jacarpan! Hab ich noch wen vergessen? Ach ja? Was? Der Teil des Siegner hier eh rum oder so. Also hier einen von der Gruppe der Damen, den ich aussprechen kann! Nein, 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 nein. Und die Grün-Weiß, Horus Baco, Kaischland! Nein, 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 nein. Aber wir haben einen besonderen Gast hier, der hier aber nicht mithebten darf, weil das allen anderen gegenüber unfair wäre. Er ist der schnellste Krieger der Welt. Er ist übel so schnell, dass wir hier nicht mal mit einer Übermacht besiegen können. Deswegen darf er hier nicht mitmachen. Aber die meisten Leute haben uns das nicht geglaubt, wenn er zu Gott kommt. Die 1906-Tage von den Kielern, wir haben es bereit, gegen ihn anzutreten. Er ist ein Verkauf. 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 Er hat zu sehen, was er gemacht hat. Für mich ist das Verkauf. Er hat auch ein Verkauf. Er hat auch eine Anzug. Er ist alles auf dem Tape. Es ist für ihn eine sehr schwierige Aufgabe, sich so weit runterzufahren, um es euch einmal langsam zu zeigen. Er muss sich erstmal konzentrieren, er muss militieren. Es ist für ihn sehr schwierig, weil bei jahrelanger Erfahrung... Es ist für ihn eine sehr schwierige Aufgabe, er muss euch zeigen, was er gemacht hat. Gitarrenn und Ausdruck, Gitarrenn und Ausdruck! Untertitelung von ZDF, 2020 Das war's für heute. Vielen Dank.